Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die modellspezifischen Schnittteile vom Engel im Schnee verlängert oder verkürzt. Wer Basiswissen haben möchte, wie man am besten verlängert oder verkürzt, dem empfehle ich mein Video dazu, was ich euch in der Beschreibung noch einmal verlinke. Das heißt, wir überspringen jetzt den Teil, wie man Oberteil und den normalen Ärmel verlängert. Wir brauchen aber am besten den normalen Ärmel noch als Anhaltspunkt für den Rüschenärmel, hier einmal in der Hälfte abgebildet, denn in dem anderen Video erkläre ich, wie ihr den Ellenbogen findet in etwa. Und die Rüschung beginnt erst über dem Ellenbogen, das heißt also, ihr könnt da auch noch gut Weite reingeben, den oberen Bereich solltet ihr allerdings so lassen, wie er ist. Dafür schneidet ihr dann hier auf und gebt entweder etwas dazu oder ihr faltet einfach nur einen bestimmten Betrag weg. Dann haben wir hier den normalen Keil. Hier die Mittellinie ist der Fadenlauf. Ihr dürft aber nicht einfach in Fadenlaufrichtung 2 cm zum Beispiel verlängern, wenn ihr das Oberteil 2 cm verlängert habt, sondern ihr müsst das bitte hier an der Kante verlängern, die auch an den Pullover angenäht wird. Das heißt also, ihr messt euch diese Strecke aus und zieht euch vielleicht den Fadenlauf etwas weiter nach unten, damit ihr eine Linie habt, auf die ihr treffen könnt. Legt dann euer Lineal wieder mit 2 cm mehr an, sodass ihr mit 2 cm mehr, sagen wir mal, statt 58, 60 cm hier auf den Fadenlauf trefft. Dann habt ihr den Keil entsprechend auf der einen Seite verlängert und auf der anderen Seite zieht ihr die Linie dann genauso zum gleichen Punkt hier unten. Der gerüschte Keil funktioniert an sich genauso. Er ist allerdings dadurch, dass er sich rüschen soll, mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel euer Vorderteil um 2 cm verlängert, müsst ihr den gerüschten Keil um 3 cm nach unten verlängern. Vom Prinzip her dann sonst das gleiche wie beim normalen Keil. Und dann haben wir noch den Wollong. Der Wollong ist natürlich am schwierigsten zu ändern, denn ihr müsst diesen runden Wollong entsprechend an ein paar Stellen aufschneiden. Ich empfehle mindestens 3 cm, dann sollte hier, da wo ihr aufschneidet, quasi in der Rundung ein rechter Winkel anliegen, damit das besser funktioniert und schöner aussieht am Ende. Und ihr könnt, wenn ihr es ganz genau machen möchtet, ansonsten schätzt es einfach nur ab, diese Strecke mit dieser Strecke vergleichen. Also Innenstrecke mit Außenstrecke des Wollongs vergleichen, sodass ihr wisst, wie viel müsst ihr innen dazugeben und wie viel müsst ihr außen dazugeben. Ich sage mal so, also ich gehe jetzt mal von 1,8 cm aus, weil es sich einfacher rechnen lässt. Das bedeutet, ich gebe an jedem Einschnitt 6 mm dazu oder nehme 6 mm weg. Wenn ich jetzt, sage ich mal, hier außen die 1,5 fache Strecke von innen hätte, dann würde ich hier außen entsprechend jeweils 9 mm dazugeben. 6 mal 1,5 gibt 9 mm, damit ich später trotzdem eine schöne Rundung habe. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch abschätzen. Dann legt ihr die Teile wieder so an, dass sie von der Rundung her ein schönes Ergebnis ergeben. Und ganz wichtig ist, egal wie ihr auftritt, wie viel ihr auftritt, der Fadenlauf bleibt bitte immer der gleiche. Das heißt also, hier oben auf der Schulternaht bleibt nach wie vor der Fadenlauf und nicht hier jetzt, sage ich mal, gerade gezeichnet. Nun, das steht ja hier so ein bisschen schräg über. Und ihr seht, dann dreht er sich ein bisschen mehr als zuvor. Das ist dann aber perfekt. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, es hilft euch weiter, den Engel im Steh so anzupassen, wie ihr ihn haben möchtet. Und würde sagen, viel Spaß beim Nähen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!